hmm! willkommen zurück zu dem tornado der liebe wie ihr schon am outfit seht ich habe es gestern abend nicht mehr geschafft slash könnt ihr am outfit sehen denn ihr seht ja nie was für für eine Tagezeit, die eigentlich gerade ist. Ich habe es gestern Abend nicht mehr geschafft, weiter nur großartig aufzunehmen, denn ich war ziemlich fertig und ich bin dann einfach komatös geblackoutet. Und auf meiner Box hier steht immer fuck you, you fucking fuck. Das ist echt nicht so ein großer Anspruch, wenn man aufnimmt, aber naja. Wir packen wieder ein bisschen Post aus, wenn es euch gefällt, lasst ihn auch oben da. Ich fahre direkt an und liebe. Janis. Cool, warte, der hat echt ein Team Palumpelschirt. Guck dir das an, wie cool. Hier, guck. Und da hinten steht die Palumpelschrift. Ich finde das cool. Dankeschön, Janis, richtig fett. Brief. Und da bringe ich sein kleiner, weiterer Brief. Ich habe versucht, dein Skin zu zeichnen, ich hoffe, es gefällt dir. Daniel. Danke, Daniel. Das war alles, was Daniel geschrieben hat, aber es war mein Skin. Weiter geht's. Ich habe mich vergriffen. Leit ist, Pia. Schon wieder Paluffel. Heute ist Paluffel-Day, Alter. Ich schwöre es euch. Was ist hier? Ist aber noch nicht gesehen. Guck mal, wenn ich ein Ritter wäre, hätte ich einen Waffen jetzt. Aber ich bin kein Ritter. Ich bin nur ein Rettungsschwimmer auf Abwägen. Danke, Pia. Voll süß. Sag mal was jetzt. Da ist mir das. Oh, voll süß. Dankeschön, Pia. Mega, mega süß. Vielen, vielen Dank. Danke schön. Alter, da sind viele Briefmarken drauf. Moment. Dieser Brief braucht deine Liebe. Entschuldigung. Entschuldigung. Liebe. Okay. Das ist so hart zu. Man kriegt es einfach nicht auf, ohne, dass man da voll was kaputt macht. 2.000 Franken für die Waffel. Komm ich besuchen. What the fuck? Geld. Aber ich glaube nicht, dass das echtes Geld ist. Auf jeden Fall Plastikmünzen. Deswegen ist es nicht echt. Die Waffelcreme. Genau richtig gebraten mit der Waffelcreme. Nachbarhämmer. Okay, Jenny ist richtig. Autogramme, please. Welche erste Waffe in dem Brief sind zwei Zeichnungen, eine Schrift, 2000 Franken, Lernkarten, Rückumschlag und dieser Brief plus extra Waffelcreme. Berg, Berg. Guck. Max. Dien. Bei den Dien. Ich. Okay. Okay. Okay, die Waffeln. Mal aufhören, oder? Da ist was drin, Leute. Da ist was drin. Medina. Medina. Und da kommt so ein Creeper und da steht what the fuck und dann steht abonniert alle Sturmwaffe und dann hier ist noch ein Bild von ihr und ihre und ihren Hasen. Machen wir nochmal. Dann sind nur hier die Hasen und das ist alles cool. Die sind da vor euch wie auch leider ein bisschen gezeigt. Gut, ich hoffe, dass ihr das nicht vom Schnitt vergesst. Das wäre unangenehm. Ich bin immer ein bisschen kritischer zwischen eingewickelten Papiertaschentüchern. Ähm. Ah, aber da ist so ein Rubberband-Ding drin. Ach, guck mal. Was ist das denn? Das ist für süß. Als so eine eigene Sammlung, weil ich mir immer so viele Sachen schicke. Das ist richtig lustig. Lüpp, 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 lüpp. So. Ah, Sturmbi, deine Videos sind toll und witzig. Lüge. Warst du schon mal vor YouTube mit Palle in Kontakt? Nein. Kannst du mein Video laden, wo du nur Gitarre spielst? Nein. Und noch eine Frage. Hast du überhaupt den Waffel-Eisen von Palle aufgeholt? Nein. Entschuldigung, Palluten. Komm, Waffel. Komm, Waffel. Komm, Waffel. Wir sind süß. Alles cool, Mann. Dankeschön, Evelien. Für deine... So, Leute. Das soll es für heute auch mal wieder gewesen sein. Mit der Waffel-Post. Ich habe viele Franken bekommen und die würde ich jetzt erstmal ein bisschen spenden gehen in den heißesten Clubs der Stadt. Und... Ja, äh... Ich bin YouTube-Partner. Ich bin Jum und habe die Franken. Jo. Äh, ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lass es noch nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Äh, wenn es postig wird. Ansonsten hoffe ich, dass ihr inzwischen, glaube ich, schon die Vlogs der Gamescom genießt. Und, ja, wir sehen uns dann. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss. 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 Vielen Dank.